Yo Leute, was geht? Ich bin's, euer NoHand. Und vor ein paar Tagen ist mir etwas, ja, nicht so Schönes passiert. Nämlich dachte ich mir einfach mal, hey, es sind Minusgrade, der Boden ist glatt, die Bremsen ziehen nicht, alles ist vereist, alles ist scheiße. Warum fährst du nicht einfach mal volle Kanne in einen Baum? Grüße genau aus an Tobi, der das Ganze gefilmt hat. Folgt ihn auf Instagram, er heißt mtbtobi030. Und hier seht ihr den Clip in voller Länge. Oh, alles okay? Was ich euch versichern kann, ist, dass der Baum sich danach nicht nochmal mit mir angelegt hat. Also jetzt mal Spaß beiseite. Ihr seht eingeblendet, was dadurch quasi passiert ist. Einmal das und wenn ich halt meinen Unterkiefer hin und her bewege, dann tut es halt ein bisschen weh. Nichts sonderlich Schlimmes, das war einfach nur eine Lektion für mich, dass ich ab jetzt einen Fullface-Helm trage, wenn ich nochmal irgendwie sowas fahre, irgendwas, wo ich mich nicht komplett sicher fühle, kann ich euch nur empfehlen. Aber ihr seht ja schon an Titel und Thumbnail, das ist nicht das Einzige, was an dem Tag passiert ist. Kurz danach ist Tobi nämlich, ja, unmächtig geworden. Und ich bin natürlich ausgebildeter Sanitäter und weiß genau, was man in so einer Situation tut. Jo, ist er auch, ist er gegen den Baum gefahren? Digga, wir brauchen Sanitäter, die Gärten verklappen. Der Typ geht nicht verklappen, Alter. Was? Der war gerade weg, Digga. Wie? Mann, Digga, der war gerade unmächtig. Als ob echt? Ja, der ist gerade klappen gegangen, der Typ. Fuck. Deshalb schreie ich die ganze Zeit, ich brauche Sanitäter. Wieso, wieso? Digga, ich habe, ich habe, ich habe was, was dir helfen könnte. Weil ich bin auch Hobby-mäßig Sanitäter. Ja, keine Ahnung. Digga, ist da Zucker drin? Ja. Ah, ja. Ah, ja. Also kann ich nur empfehlen, falls ihr irgendwie mal unterwegs seid, nehmt immer eine Tafel Schokolade mit. Falls da irgendjemand ist, dem es nicht so gut geht. Und ja, man könnte natürlich sagen, hey, du bist in den Baum reingefahren, der andere ist ohnmächtig geworden. Ist heute einfach nicht so ein guter Tag. Aber dann dachten wir uns, hey, wir sind schon hier, fahren wir doch einfach mit dem Mountainbike den vereisten Berg herunter. Warum denn nicht? Und dann gab es auch einen kleinen Road Rage. Leider hatte meine GoPro einen Fehler und das Bild sieht alle paar Sekunden genau so aus. Ist auf jeden Fall schade. Also lasst mir euer Abo da, damit ich meine Videos mit Werbung voll klatschen kann und mir eine neue GoPro kaufen kann. Die Frau meinte zu uns in einem ziemlich negativen Ton, ob wir es denn wirklich für eine gute Idee halten, dort runterzufahren. Und wir meinten halt, dass wir aufpassen. Ich glaube, sie hat uns das irgendwie nicht so geglaubt, dass wir wirklich aufpassen. Und dann hat sie halt gesagt, dass wir die Kinder sehen, aber die Kinder uns vielleicht nicht. Aber ich meine, wenn weit und breit ein Kind da ist, das kann er jetzt ja auch nicht hinfliegen. Jedenfalls sind wir dann gefahren und ich würde sagen, let's go. Get ready? So Leute, meine GoPro ist jetzt fast leer. Jetzt hier noch ein kleines Shoutout. Wollt ihr euer Insta sagen? Folgen, ja, love Insta, MTW, ZOGI, 030. Alles klein. Okay, Leute. Ihr seht es auch noch eingeblendet. Ja, ansonsten lasst gerne ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.